In einigen Abschnitten sehen Sie das Symbol für den Fleischwolf. Es zeigt, wann für die Arbeiten der Fleischwolfs auf Satt notwendig ist. Damit Sie einen guten Start mit Ihrer Assistent haben, erhalten Sie natürlich eine gute Grundausstattung. Damit können Sie alle möglichen Teige zubereiten, Sahne und Eisweiss schlagen, Cremes rühren, Kartoffelbrei mixen und so weiter. Die Assistent von Ankersrum erhalten Sie eine Grundausstattung mit 7 Liter Edelschalsschüssel mit Rührwalze, Teigabstreife, Teigspachtel, Schüsseldeckel, Knethacken und Planetenrührwerk mit separater 3,5 Liter Schüssel. Nun zeigen wir Ihnen, wie die verschiedenen Zubehörskomponenten der Grundausstattung montiert und kombiniert werden.